Mitarbeitenden Wertschätzung zeigen, soziale Verantwortung beweisen und die Produktivität erhöhen. Das geht. Mit betrieblichem Gesundheitsschutz als Erfolgsfaktor. Ist das nicht kompliziert, teuer und voller Stolpersteine? Nö, denn die Budgettarife der SDK-Gesundwerker machen die betriebliche Krankenversicherung einfach. Ein arbeitgeberfinanziertes Gesundheitsbudget gibt Ihren Mitarbeitenden umfangreiche Leistungen und steigert Ihre Arbeitgeberattraktivität. Und wie genau soll das gehen? Mit dem Zahnbudget und Ambulantbudget können Ihre Mitarbeitenden Gesundheitsleistungen bis zu einem bestimmten jährlichen Betrag in Anspruch nehmen. Dabei wählen Sie einen passenden Tarif mit entsprechender Budgetstufe. Ihre Mitarbeitenden können dann, je nach Tarif und Bedarf, alle inkludierten Leistungen in Anspruch nehmen, bis das Budget aufgebraucht ist. Dazu zählen zum Beispiel beim Zahnbudget hochwertiger Zahnersatz, professionelle Zahnreinigung oder Zahnbehandlungen. Und beim Ambulantbudget Vorsorgeleistungen, Brillen und Kontaktlinsen, Naturheilverfahren und vieles mehr. Mhm, das klingt gut. Klar. Und das ist nicht alles. Denn egal welches Budget Sie wählen, die starken Services der SDK-Gesundwerker sind immer inklusive. Zusätzlich runden die tarifunabhängigen und zubuchbaren Gesundheitspakete alles ab. Sie beugen Ausfallzeiten vor und schaffen echte Mehrwerte für Sie, Ihre Mitarbeitenden und sogar deren Angehörige. Ihre Mitarbeitenden sind Ihr höchstes Gut. Sie das spüren zu lassen, fühlt sich einfach gut an. Gesund werden, bleiben und leben. Mit den Budgettarifen der SDK-Gesundwerker. Und? Überzeugt? Ja, fühlt sich jetzt schon gut an.